Hi und willkommen zurück bei Leisure Suit Larry. Wir haben Klempner-Job, habe ich gehört. Fest geschlossen. Schlüssel natürlich. Auch abgebrochen. Sind die Schlüssel hier aus Wachs oder wie? Komme ich jetzt eigentlich noch aufs Klo? Anscheinend schon. Achso, damit ich die Schlüssel nicht noch mal benutzen kann. Das ist die Brauerei. Der macht irgendwas mit dem Braukessel. Lefti hat gesagt, dass das Rohr erst repariert werden muss. Damit braut Lefti sein Barbarenbräu. Das kommt aus der Maschine hier. Eine Brauwaschmaschine. Hier werden die Zutaten für das Barbarenbräu geschleudert. Also genießbar. So in etwa. Lefti sagte, dass der Braukessel erst wieder in Gang gebracht werden muss. Eine Waschmaschine, die gewaschen werden müsste. Ich kann sie nicht aufmachen, solange der Waschgang noch läuft. Knopf. Den benutzt diese Erin bestimmt für ihre delikate Unterwäsche. Ah, ich brauch doch einen getragenen Schlüppi. Warte mal, warte mal, warte mal. Leftis frische Wäsche. Immerhin zieht er sich regelmäßig um. Seit wann trägt Lefti denn... Das muss dieser Erin gehören. Es fällt sicher nicht auf, wenn ich das mitnehme. Sicher. Habe ich jetzt ein Schlüppi. Ich habe ein Schlüppi. Ist ja auch getragen. Ist wichtig. Frisch gewaschen. Scheiße. Und wenn ich das jetzt einfach... Das hilft mir nicht. Okay. Ich hätte ja klappen können. So, ich brauch... Hier ist auf jeden Fall das Rohr. Das ist das kaputte Rohr, das ich reparieren soll. Das ist gut, so wie es ist. Besser nicht. Besser nicht. Die Karte scheint nur beim Aufzug zu funktionieren. Okay, habe ich noch was anderes. Ich habe nichts anderes. Da hängen Flyer. Hier wurde mal die Wand erneuert. Kloppt durch. Das ist gut, so wie es ist. Kann ich nach oben gehen? Warum kann ich nicht nach oben? Doch, kann ich. Ob wir jetzt in ein Porno reinrutschen? Noch ein Penis. Penis. Ja, ich sammle die jetzt. Hm, abgeschlossen. Aber ich höre Geräusche aus dem Zimmer. Klopf, klopf. Wer ist da? Wiebke? Wiebke? Wiebke, rumme ich die Tür auf. Oh, echt jetzt? Boah, ich habe mittelalterliche Bücher gelesen, die sich schon für so einen alten Witz geschämt hätten. Ich komme später. Also, zurück. Nein, danke. Ähm, hier ein Höschen. Ich fände es besser, wenn das Höschen keine Bremsstreifen abbekommt. Aber der Typ will das so. Das hilft mir nicht. Das hilft mir nicht. Das hilft mir nicht. Das ist mir zu gefährlich. Besser nicht. Besser nicht. Besser nicht. Besser nicht. Besser nicht. Besser nicht. Wildes kombinieren hat schon immer geholfen. Das hängt irgendwie mit dem Braukessel zusammen. Lefty hat gesagt, dass das Rohr erst repariert werden muss. So, wir gehen jetzt wieder raus. Okay. Dann halt von oben aus der Treppe. Haben wir hier irgendwas? Vielleicht kriege ich das auch. Das ist gut, so wie es ist. Ups, guck mal. Das Kabel hat mehr Bruchstellen als mein Ego zur Highschool-Zeit. Kann ich das einstecken? Oh mein Gott. Tja, Larry. Das kommt davon, wenn du ungeschützt irgendwo rumfängerst. Hoffentlich hast du jetzt gelernt, dass du dir immer was überziehen solltest, bevor du dich an unbekannte Stellen vorantastest. Eigentlich hättest du für so eine Dummheit keine zweite Chance verdient, aber wir wollen mal nicht so sein. Oh nein, die Larry-Maschine. Oh nein, die Larry-Maschine. Krass. Ein Point und Klick, bei dem man sterben kann. Und mit den Blüchen? Das hilft mir nicht. Ja, komm. Gibt's hier nicht auch so eine Taste, wo man draufwirken kann? Boah, das klingt ja übel. Aber in meinem Bett würdest du ähnliche Geräusche machen. Ach, das ist diese Betty, ne? Alles fit im Schritt? Hey, Leute, wie geht's euch? Becky, bist du das? Ich bin hier nicht so mega drauf, eher down. Weil hier so hart gefeiert wird, das macht mich fix und fertig. Aber ich bin gleich wieder on top und werde dann zu den anderen Party Peoples rausgehen. Also, wenn ihr weiter dranbleiben wollt, was das Nightlife heute bringt, hier in der geilsten Location von New Lost Wages, dann klickt da unten auf Abonnieren und schreibt in die Kommentare, wo ihr heute crazy abfeiert. Ja, das ist Becky. Was, du das? Hast du mir was in den Drink gemixt? Natürlich nicht. Ich glaub dir kein... Kannst du mir mal das Toilettenpapier rausgeben? Um Gottes Willen, das brauche ich alles selbst. Aber das bleibt unter uns. Ich bräuchte eine Unterhose. Warum brauchst du... Ich will nicht darüber reden. Ich schaue, ob ich was auftreiben kann. Warum wollen eigentlich alle, dass ich in Unterhosen besorge? Ja, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Erstmal das hier, ne? Würdende Frauen machen mich irgendwie scharf. OMG, das ist ja abartig. Yeah, baby. Pass auf, ich brauch ihre kackgestreifte Unterhose. Plaudern wir später weiter. Bloß nicht. Willst du jetzt die Buchse oder nicht? Weil, hier frisch gewaschen. Becky. Hier ein Schlüppi. Danke, ein Glück. Ist noch was? Das Toilettenpapier. Bitte. Da. Ey, das ist nur eine leere Rolle. Ich hab alles gebraucht. Würdest du dich bitte aus dem Staub machen? Ich will mich umziehen. Du hast da eine leere Klopapierrolle, Larry. Ist schon wieder alles aufgebraucht? Ja. Komisch. In letzter Zeit ist das immer ruckzuck leer. Das ist ein Geheimnis, das wir niemals aufklären werden. Kannst du mir einen Gefallen tun und das Toilettenpapier auffüllen? Es ist gerade eine neue Lieferung eingetroffen. Du findest alles im Hinterzimmer. Okay, Klopapier holen. Für den anderen komischen Menschen. Ganz schnell zusammen mit Betty ein Aufgebraucht-Video drehen für den anderen Kanal. Nimm alles. Oh, jetzt ist das so ein Ramschklopapier. Oh ne, kratziges Toilettenpapier. Aber Weichspüler. Hm. Perfekt. Ich nenne es den Po-Schmeichler. Jetzt ist es schönes Klopapier. Wir haben schon mal weiches Toilettenpapier, das ist doch schon mal was. Das ist sicher das weichste und zarteste Toilettenpapier aller Zeiten. Ja, ist ja auch ein Mittag Weichspüler dran. So. Ach, Larry, das mit dem Toilettenpapier kannst du jetzt auch vergessen. Das Klo hat es nicht überstanden. Es hat schon viel erlebt in all den Jahren, aber das war zu viel. Diese Becky ist jetzt auch verschwunden. Ich soll dir ausrichten, dass sie dich nie wiedersehen will. Toil, jetzt hat ihr das Klo durchgebuttert. Danke, Betty Butter. Ach du Scheiße. Entschuldigung, ich brauche die Unterhose. Ich brauche die benutzte Unterhose. Mülltüte. Hm, hat Becky vielleicht, ja, sie hat ihr Höschen da reingeworfen. Ich möchte da nicht reingreifen. Du musst für die Wissenschaft. Besser nicht. Die Karte scheint nur beim Aufzug zu funktionieren. Das ist gut so, wie es ist. Das hilft mir nicht. Oh, Mann, der macht mich fertig. Warte, da war, da war, da war, da war, da war, irgendwo war was. Irgendwo war gerade was. Das war nochmal die Wand. Ich brauche die Unterhose. Das hilft mir nicht. Aber Gott sei Dank. Ja, nochmal zur Bar. Ich brauche irgendwas, um in der Mülltüte rumzuwischen. Auf dem Zapfhahn steht, Barbarenbräu, Schutzmarke. Poppende Kanickel. Hm, scheint kaputt zu sein. Wie komme ich jetzt an die Rallye-Buchse? Wann ist die hier fertig? Was ist denn, wenn ich das einfach hier... Leckendes Rohr? Brauerkessel. Nein. Da oben ist Fragezeichen. Waschmaschine. Waschmaschinenknöpfe? Bei Unterwäsche bin ich eigentlich nicht wählerisch. Aber Leftis Unterhosen lasse ich lieber hier. Och Mann. Lefti hat gesagt, dass das Rohr erst repariert werden muss. Mir ist scheißegal, was der gesagt hat. Lefti hat gesagt... Mann. Das Rohr ist hinüber. Man müsste schon das ganze Stück austauschen. Ja, dann... Tu weg. Damit bin ich vorerst fertig. Oh, hier gibt's doch so'n Knopf. Haha. Ah, so, das da, das da, das da. Aber wenn ich hier reindrücke, sehe ich einfach alles. Okay. Lefti sagte, dass der... Wie ist eigentlich das Klopapier hingekommen? Hm, abgesch... Klopf, klopf! Wer ist da? Wiebke? Wiebke? Wiebke, rumme ich die Tür auf. Ach, echt jetzt? Boah, ich hab mit... Ich komme später. Nein, danke. Oh, mit ihr kann ich echt nichts mehr machen, ne? Dann geht's schon wieder durch die Wand. Lefti, help me. Kann ich dir helfen, Larry? Also... Wie soll ich deine Brauerei reparieren? Du musst den Braukessel wieder in Gang bringen. Den Hebel nach unten stellen? Ja, kennen wir schon. Allerdings müsste man erst das... Was das wohl war? Oh, Mann. Bis später, Lefti. Da ist was. Ein Kaugummi in Regenbogenfarben. Sehr geil. Kaugummi vom Tresen abknubbeln. Die zweitschönste Sache der Welt. Abknubbeln? Ich kann nur abknibbeln. Okay, haben wir sonst noch was übersehen? Den scheiß Stecker, ja, ja. Aber da unten. Schon der Anblick löst bei mir unheilbares Samstagnachtfeber aus. Spiel bloß kein Lied auf dem Ding ab. Die Platte da drin zerbricht einem das Glasauge. Die Scheibe ist aus Plastik. Scheint sehr stabil zu sein. So einfach komme ich nicht an die Platte. Die ist hinter einer Scheibe. Tricky. Das hilft mir nicht. Das hilft mir nicht. Das hilft mir nicht. Das ist schon für die Brainiacs reserviert. Das hilft mir nicht. Das ist gut, so wie es ist. Okay, pass auf. Wenn wir... Besser nicht. Okay, gibt es da sonst noch was? Wenn ich hier Kaugummi gedummt, 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 ihr wisst schon wahrscheinlich. Wenn ich das brose Röhrstück da zutaxen kann. Das ist gut, so wie es ist. Das lässt sich nicht kombinieren. Aber eigentlich war das hier schon richtig. Daraus lassen sich lustige Sachen basteln. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Ich muss das Kaugummi aufwaschen. Okay. zum Klo. So. Habe ich das? Ich habe ein Pflaster. Das ist ein Loch. Warum ist da? Ich frage gar nicht. Mülltüte und Schlau. Damit kann man den Müllsack verschließen. Aha. Da ist was auch immer. Da hat jemand Kleingeld liegen lassen. Oh mein Gott. Ich liebe diesen Knopf jetzt schon. Hier steht, wollt ihr ein schön Produkt ergattern, muss eine Gold-Dublone durchs Getriebe rattern. Dollar nimmt die Maschine wohl nicht an. Riecht da jetzt eine Gold-Dublone her. Da kommt was raus. Eine Gold-Dublone. Vor allem, was kann ich jetzt eigentlich hier mit dem Mülltonne mit gebrauchtem Höschen? Kann ich das kombinieren damit? Das lässt sich nicht kombinieren. Das hilft mir nicht. Es sieht etwas gebraucht aus, scheint aber noch zu kleben. Eine Viertel-Dollar-Münze. Was ist besser als kein Dollar? Ein Dollar. Jetzt wollen. Auch eine Art, Unterwäsche vorschriftsmäßig zu entsorgen? Wir gehen jetzt einfach mal. Da ist ein Schuh. Da lebt jemand auf großem Fuß. Die haben jetzt alle mit. Der Schuh ist durch, aber die Schnürsenkel sind noch in Ordnung. Ein enges Gitter. Irgendwas funkelt da unten. Das bekomme ich nicht herausgehoben. Ja, warte mal. Ja, warte mal. Wenn wir den Schnürsenkel haben und das... Daraus könnte man eine klebrige Angel bauen, aber der Kaugummi ist zu trocken. Und der Schnürsenkel zu kurz. Das lässt sich nicht kombinieren. Der Schnürsenkel ist zu kurz. Das hilft mir nicht. Hier kann ich, glaube ich, immer noch nichts tun. Aber hier vielleicht. Ohne guten Grund wühle ich da nicht. Wenn ich da jetzt mal ein Höschen ansorge. Das hilft mir nicht. Ich bin noch draußen. Wenn wir zum großen... Ne? Fahren. Vielleicht kann ich den Schlüpp hier auch so abgeben. Da ist eine Dose. Ein Trinkbecher. Der ist noch gut. Nehmen wir mit. Ist ja was drin. Hält Getränke warm oder kalt? Dann gehen wir noch mal rein. So, warte mal. Ich kann ihn... Eventuell nimmt er es. Ja, das ist der Stoff. Eindeutig gebraucht. Äh, hast du nicht gesagt, du willst das Höschen nur als Beweis, dass ich ein geiler Aufreißer bin? Äh, klar. Ich rieche nur zur Sicherheit daran. Und das Toilettenpapier ist so weich. Fühl mal. Geil. Kriege ich auch was davon ab? Niemals. Alter. Ich bin ein bisschen schockiert. Ihr wolltet mir doch bei diesem Timberding helfen. Aber natürlich. Wir geben dir jetzt alle Tipps. Dann fliegen dir mehr Muschis zu, als du vögeln kannst. Aber lass uns auch noch ein paar übrig. Gib mir mal dein P-Phone. Hier. Wenn du irgendwas an meinen Einstellungen änderst, hacke ich dein eigenes P-Phone und veröffentliche deinen Browser-Verlauf. Okay. Damit ich dir das perfekte Profil einrichten kann, musst du mir ein paar Fragen beantworten. Klar. Name? Larry Leffer. Spitzname? Schwarz, was lang. Stimmt am Ende. Oh Gott. Stefan ist so voll. Launch Lizard. Ich find Stenderman lustig. Aber Schwanz aus Longus auch. Scheiße. Was mach ich jetzt? Ich kann nicht weiterspielen. Stenderman. So haben sie mich in der Grundschule genannt. Oh. Beruf? Kein Linguist. Programmier. Spielprogrammierer. Schiffschaukelprogrammierer. Frauenversteher. Es ist das schon... Ne, komm. Frauenversteher. Ich trage einfach IT-Spezialist ein. Hey. Ja. Und steigen sie deswegen auch dauernd nach. Was ist dein Motto? Deine Tagline? Kommst du öfter hierher? Ich hab wirklich keine Geschlechtskrankheiten. Das ist an dir auch alles echt. Ich hab den Schlüssel zu deinem Herzen und den Penis zu deiner Vagina. Ich habe den Schlüssel zu deinem Herzen und den Penis zu deiner Vagina. Das passt zu dir. Alter? Meine Nachricht, das musst du 69 sein. Feuerig. Legal in den meisten Bundesstaaten. Darf ich auch abrunden? Legal? In den meisten Bundesstaaten? Bleiben wir realistisch. Nehmen wir 39. Lieblingstier? Muschi. Die Astrologin sagt, das wäre mein Krafttier. Eigene Genderzuordnung? Meistens Mann. Ich trage Mann ein. Aber mit Anführungszeichen. Sexuelle Ausrichtung? Ich bin da nicht so wählerisch. Äh, okay. Ich trage mal bisexuell ein. Dann hast du die meisten Möglichkeiten bei Timber. Naja, ihr seid die Profis. Lieblingsstellung? Egal. Hauptsache Sex. Sagen wir lieber Scrooneycorn. Das ist gerade in. Okay. Jetzt nur noch das Profilbild. Zeig dich mal von deiner Schokoladenseite. Perfekt. Wenn das kein beeindruckendes Profil ist, weiß ich auch nicht weiter. Was mache ich jetzt mit diesem Timber? Wenn jemand zu deinem Profil passt, wird die Person als Kontaktvorschlag angezeigt. Und dann kannst du die Bilder nach links wischen, wenn du sie nicht magst. Oder rechts, wenn sie dir gefallen. Wenn dich eine Person mag, wird sie dir unter Matches angezeigt. Auf der Unterkarte werden dir deine Matches angezeigt. Auch diejenigen, die du zunächst weggewischt hast. Und dann bekommt man Punkte? Ich brauche 90, damit Faith mit mir ausgeht. Dann mal viel Erfolg dabei. Prone hat einen komplizierten und streng geheimen Algorithmus in Timber eingebaut, der deine Punktzahl bestimmt. Dabei wird die Anzahl deiner Kontakte, die Qualität deiner Kontakte, die Sexhäufigkeit und die Sexqualität bewertet. Außerdem bewerten alle Timber-Mitglieder sich gegenseitig. Ein gut verlaufendes Date gibt mehr Punkte. Die App bewertet Häufigkeit und Qualität von meinem Sex? Hä? Wie macht sie das? Das fragen wir uns schon länger. Noch mal langsam. Ich muss mit möglichst vielen Frauen Sex haben, um an meine Traumfrau Faith ranzukommen? Ja, so könnte man das formulieren. Wow. Das 21. Jahrhundert ist super. Hey, Larry. Ja, Süße? Ich habe neue Vorschläge für dich auf Timber. Aha. Das Profil funktioniert. Die Frauen fliegen auf mich. Wie erwartet. Macht euch bereit, Ladies. Hier kommt... Larry Leffer. Pi, was ist mein aktueller Score? Fünf. Aha. Es ist ein Anfang. Nur noch 85 Punkte, Faith. Bald haben wir unser Date. Was für ein Spinner. Was man nicht alles dafür tut. Ach du Scheiße. Scrooony Corn ist also Blutdruck. Ach, Feuer. Äh. Ja. Ja. Ich komme nicht mehr zurück. Wie funktioniert das? Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Wie geht das? Das bin ich. Oh mein Gott. Wie mache ich das jetzt? Ich wische nach rechts. Ich wische nach rechts. Es passiert nichts. Warum ist man... Oh Gott, ey. Ich habe den Schützern im Herzen mit Penis und Eure. Gehen nach Ständer, Mann. Mann. Wie ist das, ey? Wie funktioniert das? Hilfe. Ich wische. Aha. Anita, dick in me. So, tier ist nicht mein Ding. Wir wischen alle nach rechts. Was ist das? Beate Rosa. Boah, kassiert, als ihr euch noch anjönt. Eben. Oh Gott. Oh. 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 Ich weiß nicht, wie das geht. Ich wische nach rechts. Ich wische alle nach rechts. Und wie treffe ich die jetzt? Ich habe keine Ahnung. Steuerung! Durchschalten, Buttons, Gegenstände. Aha. Aha. Anschauen, interagieren. Vielleicht muss ich drücken. Ich probiere es jetzt weiter. Ich schwöre, ich gebe nicht auf. Ich kann nichts machen. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Echt nicht. Ich kann nicht dümmern. Ich kann es nicht. Oh, es geht immer noch. Ja, es geht doch nicht mehr. Was gibt's? Wollt ihr wirklich euer ganzes Leben in so einem seltsamen Laden arbeiten? Ich nicht. Was? Ich möchte Trainer von Wrestling-Alpakas werden. Dass du einen Knall hast, war mir klar. Aber dass es so schlimm ist, Wrestling-Alpakas, als gäbe es sowas. Ich komme später wieder. Was gibt's? Ich komme später. Was ist das denn für ein Karton? Er weiß nicht, was das... Das ist eine virtuelle Realität. So wie dieser Cyberspace? Er weiß? Muss sowas von aus den 80ern sein. Jedenfalls kannst du dir ruhig eine Brille nehmen. Jeder Kunde bekommt eine geschenkt. Danke. Oh, der Karton ist auseinandergefallen. Ich habe ihn nur in die Hand genommen. Das sagen sie alle. Kann ich einen anderen haben? Kannst du nicht lesen? Nur ein Set pro Kunde. Kann ich das kaputte Set gegen ein neues eintauschen? Aufgrund der Gebrauchsspuren kann ich das leider nicht tun. Allerdings kann ich für nur 299 Dollar und 99 Cent eine Reparatur anbieten. Um weitere Schäden zu vermeiden, kann ich dir auch noch eine Geräteversicherung auftre... ähm... Ich meine, zu besonders günstigen 9, 10 Dollar 99 pro Monat anbieten. Laufzeit 96 Monate, nicht übertragbar. Allerdings greift die Versicherung nicht in folgenden Fällen. Wasserschäden, Fallschäden, Software-Schäden, Berührungsschäden, Gebrauchsschäden oder etwaige andere Schäden, die durch die alltägliche Nutzung des Gerätes entstehen. Und Vulkanausbrüche. Vulkanausbrüche. Okay, ich denke mal darüber nach. Ah ja. Hey, nur anschauen, nicht anfassen. Oh, Flashback. Das heißt, ich habe jetzt so ein... so ein... Dings. Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Ich habe zwar jetzt Timber, aber... Du hast neue Matches auf Timber, Larry. Oh mein Gott. Aha, ich kann jetzt auch zum Strip. Mendehose, knee up, knee up. Keep it up. Aha. Das heißt, wir können jetzt Timbern, ja? Wir gehen jetzt zum Strip. Okay. Das ist... Oh Gott, ey. Oh, guck mal. Spermien. Leisure Suit? Aha. Okay. Okay. Ich glaube, ich mache mal einen Cut an der Stelle. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao.